Eki, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Mir geht es auch gut. Aber sag mal, Eki, weißt du noch, was wir letzte Woche in unserem Video hatten? Na klar. Wir haben uns mit Pamela König die Orgel angeschaut. Von außen und von innen. Und du hast uns den Altar und den Hochaltar in St. Josef gezeigt. Und dann waren wir in Itter, in der Kirche bei Frank Zielinski und haben die Knochen vom Heiligen Hubertus und die Osterkerze am Taufbrunnen gesehen. Ja, genau. Dann können wir ja jetzt mit unserer Kirchenreise genau da weitermachen. Wo? Na, am Taufbrunnen. Bist du bereit? Ja. Puckis, auf nach St. Maria in den Wänden. Wir treffen uns dort am Taufbrunnen. Ja, ich stehe hier am Taufbecken der Pfarrgemeinde St. Maria in den Wänden. Hier finden die Taufen statt. Die Taufe ist sozusagen das Eingliederungssakrament. Das erste Sakrament, das wir Menschen empfangen. Moment mal eben. Was ist denn ein Sakrament? Was meint der Thomas damit? Sakramente gibt es in unserer Kirche insgesamt sieben Stück. Das sind ganz besonders heilige Handlungen, bei denen Gott dir auf ganz eigene Weise ganz nahe kommt. Die Taufe ist das erste Sakrament. Und dann gibt es noch die Eucharistie oder Kommunion, die Beichte, die wir auch das Sakrament der Versöhnung nennen, außerdem die Firmung, das Sakrament der Ehe, das sich die Brautleute gegenseitig spenden, und noch die Priesterweihe und die Krankensalbung. Einige Sakramente kannst du nur einmal bekommen, wie zum Beispiel die Taufe und die Firmung, andere immer wieder, wie die Beichte oder die Kommunion. Wichtig ist, dass Gott uns Menschen in den Sakramenten spürbar ganz, ganz nahe kommt. Und auch wenn die Zeichen bei uns allen gleich aussehen, Gott spricht dich ganz anders an als mich. Jeden von uns auf ganz eigene und einmalige Weise. Ein Taufbecken hier ist gestaltet wie ein Brunnen. Ein Brunnen des Lebens, aus dem wir das Wasser schöpfen sozusagen. Das ist ein Brunnen, da ist ja Wasser drin, wo die Leute früher hingegangen sind, sich Wasser geholt haben. Und das Wasser ist sozusagen ein Zeichen des Lebens, so wie die Taufe auch ein Zeichen des Lebens ist. Für uns, so könnte man sagen, für den gläubigen Christen, lebensnotwendig ist diese Eintrittskarte zum Gottesdienst. Die Taufbecken sehen natürlich nicht immer gleich aus. Hier haben wir zum Beispiel das aus St. Maria Rosenkranz. Und so sieht das Taufbecken in St. Nikolaus aus. Wenn man den Deckel abnimmt, dann ist darunter so eine Schale für das Taufwasser. Natürlich kann man auch eine kleine Taufschale nehmen, so wie diese hier. Aber gerade in St. Mai in den Bänden kann man noch mal etwas ganz Besonderes sehr schön erkennen. Diese Brunnen hier bringt noch mal, oder das Taufbecken bringt noch mal deutlich zum Ausdruck, was da so geschieht bei der Taufe dann. Wir erkennen das von Jesus. Halt! Stopp! Thomas! Das ist der Bericht über die Taufe von Jesus. Den haben wir schon mal gehört. Ach, aber wie war das noch mal? Da war was mit einem Mann im Fluss. Ach, Ecki, dann erzähl ich sie dir halt noch mal. Hör gut zu und mach mit. Entweder mit dem Fußstampfen oder mit den Händen klatschen. Und ihr Kokis natürlich auch. Los geht's! Es lebte einst ein wilder Kerl, 2000 Jahre ist das her. Johannes wurde er genannt, in ganz Israel bekannt. Oh! Komm, komm, hör was geschah. Jesus ist ein Superstar. Er schreibt Geschichte neu. Komm und sei dabei. Na, 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 na. Johannes stand im Jordanfluss, weil er dort ja taufen muss. Auch Jesus stieg ins kühle Nass. Doch hoppla, was ist das? Komm, komm, hör was geschah. Jesus ist ein Superstar. Er schreibt Geschichte neu. Komm und sei dabei. Als Jesus aus den Wellen taucht, die Sonne durch die Wolken schaut Von dort klingt's wie ein Megafon, Gott sagt, das ist mein Sohn Komm, komm, hör was geschah, Jesus ist ein Superstar Er schreibt Geschichte neu, komm und sei dabei Vom Himmel schwebt der heilige Geist, ganz schick im weißen Taubenkleid Und so wurde wahr an jenem Tag, was Gott der einst versprach Komm, komm, hör was geschah, Jesus ist ein Superstar Er schreibt Geschichte neu, komm und sei dabei Ach ja, danke, jetzt kann ich mir das merken Okay Thomas, du kannst weitermachen Die Taube kam auf Jesus herab und eine Stimme sprach Du bist mein geliebter Sohn, wir könnten das hier erweitern Du bist meine geliebte Tochter Und sie kam auf Jesus herab und sie kommt auch so auf uns herab Nicht eine echte Taube, aber sinngemäß Aber hier hat der Künstler das noch einmal ganz besonders dargestellt Denn wenn ich diesen Deckel jetzt loslasse, werdet ihr sehen Wie die Taube auf den Täufling herabkommt Gottes Kraft, die sozusagen dadurch deutlich wird Gott begleitet dieses Kind durch die Höhen und Tiefen seines Lebens Das alles symbolisiert die Taube, die sozusagen die Kraft Gottes wiedergeben will Prima, aber sag mal Thomas Wenn ich am Taufbecken vorbei in die Kirche gehe, sehe ich immer so ein rotes Licht Ist das eine Alarmanlage? Was ihr hier sehen könnt, ist ein Licht Vielleicht kann man es erkennen Soll ich es mal runterholen, dann kann man es mal zeigen Es brennt hier eine Kerze in dieser roten Glasschale Wir nennen dieses Licht hier ewiges Licht Es sollte ewig brennen Manchmal ist es so, dass man in Kirchen auch schon mal sieht, dass es ausgegangen ist Und nicht wieder angezündet wurde Aber im Grunde genommen ewiges Licht, das immer brennt Das immer deutlich macht Hier ist jemand gegenwärtig in dieser Kirche Nämlich Gott selbst Gott selbst, den wir, wenn wir zum Gebet kommen Vielleicht nicht so direkt sehen können, aber vielleicht innerlich spüren können Und das Licht zeigt uns, ja da ist er Hier ist er, hier in diesem Raum ist Gott anwesend Schon seit über 1600 Jahren machen das die Menschen Dass sie solche Lichter anzünden, um sich daran zu erinnern, dass Gott da ist Zuerst hat man das in orientalischen Gemeinden an Bildern gemacht, die Jesus zeigen Später, so vor 800 Jahren, hat man hier in Europa einen besonderen Standort für das ewige Licht in der Kirche gesucht Nämlich am Tabernakel Aber zu dem kommen wir später noch Manchmal hängt das ewige Licht an Ketten von der Decke So wie hier in Sankt Maria Rosenkranz In anderen Kirchen steht es auf einem kleinen Sockel Wie in der Bände Oder wie hier in Sankt Josef im Hochaltar Das ewige Licht ist also wirklich sowas wie eine Alarmanlage Achtung, Alarm, Gott ist da Naja, ein bisschen Aber das Licht hat auch noch eine andere Bedeutung, weiß der Thomas Ant Hier das ewige Licht Es hat seinen Namen da von ewiges Licht Es brennt eigentlich ewig, jeden Tag im Jahr Außer an einem Tag, am Karfreitag Da werdet ihr es nicht hier in der Kirche an dieser Stelle sehen Ja, Gott ist ewig anwesend Gott ist sichtbar in dieser Kirche, in diesem Licht Und sein Sohn Jesus Christus hat einmal gesagt Ich bin das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt Das erinnert uns daran ein wenig, dieses ewige Licht Dass auch ich Licht sein soll in die Welt hinein Dass ich von der Botschaft Jesu Christi Ja etwas weitergeben soll, da wo ich lebe Im Kindergarten, in der Schule, am Arbeitsplatz, zu Hause Wo auch immer ich lebe, mit anderen Menschen zusammen lebe Ja, das ist so das, was das Licht sozusagen mir mit nach Hause gibt Es ist Gott selbst, der mir diesen Auftrag mitgibt Und mir gesagt hat durch seinen Sohn Jesus Christus Ich bin Licht und du bist ein Licht Dann lasst uns mal strahlen Und weiter geht es in St. Maria Rosenkranz Da wartet der Florian auf uns Hopp, hopp, Cookies! Jeder von euch hört sicher gerne Geschichten Und am schönsten ist das meistens, wenn sie vorgelesen werden Vielleicht machen das manchmal eure Eltern bei euch Oder ja auch umgekehrt, dass ihr euren Eltern oder euren Geschwistern etwas vorlest Manchmal hat man selber etwas erlebt und erzählt das anderen Das sind manchmal die besten Geschichten So im Grunde genommen war das auch ganz am Anfang vor 2000 Jahren mit den ersten Christen Sie haben sich zusammengesetzt und sie haben sich ihre Erinnerungen, die sie noch an Jesus hatten, erzählt Irgendwann sind einige auf die Idee gekommen, diese Erinnerungen aufzuschreiben Ein dickes Buch ist daraus erstanden Ihr alle kennt das wahrscheinlich Die Bibel Wir haben hier in der Kirche ein besonders großes Buch Aber es ist genauso wie die Bibel, die ihr vielleicht bei euch zu Hause habt Die Bibel ist das am allermeisten gedruckte und gelesene Buch der Welt Komplett ist sie in fast 700 Sprachen übersetzt Und wird jedes Jahr viele Millionen Mal gedruckt und verbreitet Vor ungefähr 3000 Jahren haben die ersten Menschen angefangen, ihre Erlebnisse mit Gott aufzuschreiben Zuerst auf Stein gemalt oder in Ton geritzt Ihr Namen hat die Bibel von einer Hafenstadt, die im heutigen Libanon liegt Und in der vor vielen hundert Jahren der Haupthandelsort für Bast war Aus Bast wurde Papyrus hergestellt, sozusagen der Vorgänger von unserem Papier Aus dem Namen der Hafenstadt wurde dann der griechische Name für das, in dem Papier gesammelt wurde Nämlich Biblos Und das heißt übersetzt nichts anderes als Buch Deswegen nennt man die Bibel auch das Buch der Bücher In der Messe wird aus der Bibel vorgelesen an verschiedenen Stellen Und auch das geschieht von einem ganz besonderen Ort, nämlich dem Ambo Ambo, das ist griechisch und heißt eigentlich erst mal nur ein erhöhter Platz, eine Art Lesepult Zum Beispiel so wie dieses hier aus Holz Mit einer Ablage, auf der man dann das Buch auflegen kann Wir benutzen also heute ein Ambo, ein Lesepult, um aus der Bibel vorzulesen In alten Kirchen findet man aber manchmal noch einen anderen besonderen Ort, von dem aus früher Gottes Wort verkündet wurde, nämlich eine Kanzel In Sankt Josef kannst du die noch sehen Wenn man also früher aus der Bibel vorlesen wollte, dann ging man ein paar Stufen rauf und dann thronte man über den Köpfen der Menschen Und die bekamen vom Raufgucken einen steifen Nacken Weil es aber viel schöner ist, wenn wir auf Augenhöhe sind, wenn wir von Gott erzählen, benutzen wir die Kanzel nicht mehr Und bleiben lieber mit Florian Ganselmeier unten am Ambo Wir hier in Sankt Maria Rosenkranz haben aber ein ganz besonderes Ambo Das ist relativ einfach, aus Holz, erfüllt genauso seinen Zweck Aber wir haben ein besonders schönes und das zeige ich euch jetzt mal Das Wichtigste, genauso, man kann das Buch drauf ablegen Das ist aus Metall Aber was das Besondere ist, ist die Vorderseite von diesem Ambo Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen Von vorne ist dieser Ambo nämlich eine Figur Das ist der Engel Gabriel Und ich glaube, ihr alle kennt den Engel Gabriel Der kommt jedes Jahr vor in der Weihnachtsgeschichte Das ist nämlich der, der den Hirten draußen auf dem Feld die frohe Botschaft verkündet Freut euch, Jesus ist geboren, Gottes Sohn Nicht alle Geschichten, die wir hier sonntags und in der Messe hören Sind immer so froh und so schön wie die Weihnachtsgeschichte Aber letztendlich endet immer alles gut Und deswegen heißt es auch am Ende dieser Geschichten, die wir hier verlesen Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus Wow! So verkündet der Engel Gabriel auch bei uns im Rheinbogen die frohe Botschaft Toll! Aber jetzt möchte ich wissen, was das da hinten für ein merkwürdiges Ding ist Kommt, Kokis, wir gehen weiter Hallihallo! Ja, was ist denn das hier für ein Schrank? Den habt ihr sicher schon mal gesehen, wenn ihr in einer Kirche wart Nein, das ist nicht die Umkleidekabine für den Priester Es ist auch nicht das Wochenendhäuschen vom Pfarrer Das ist der Beichtstuhl Und wenn ihr mal hier reinschaut, ich mach mal ein bisschen auf Dann könnt ihr sehen, da drin ist tatsächlich eine Art Stuhl, eine Art Sitzbank Da sitze ich oder einer der anderen Priester Es gibt aber noch einen anderen Platz für die, die dann kommen zur Beichte Und den zeige ich euch mal Der ist auf der linken Seite, kommt da mal mit Hier an der Seite ist nämlich der Eingang für die Leute, die zur Beichte kommen Eine Kniebank, ein kleines Gitter, wo man dann hindurch sprechen kann Was die Beichte ist und wie das alles geht, das werdet ihr sicher in den nächsten Wochen noch alles besprechen Nur mal so viel sei dazu gesagt, es geht eigentlich darum, dass Gott einem vergibt Vielleicht, wo man was falsch gemacht hat, gelogen hat, etwas weggenommen hat Oder aber man hätte etwas Gutes tun können, jemand helfen können, mit jemand spielen können, der einsam ist Und man hatte einfach keine Zeit oder keinen Bock in dem Moment drauf Ich glaube, jeder von uns hat solche Dinge, wo man weiß, das war nicht so ganz richtig Jemand um Entschuldigung bitten, das ist manchmal schwer, unangenehm Und doch, wenn man sich danach wieder versöhnt, dann spürt man, wie schön, dass alles wieder gut ist So ähnlich geschieht das auch hier Gott vergibt uns Nicht ich als Florian Ganselmeier, auch nicht ich als Pfarrer oder als Priester Ich spreche die Vergebung nur aus In Wirklichkeit geht es darum, dass Gott uns vergibt Und damit das deutlich ist, trägt der Priester im Weitstuhl auch eine solche Stola So nennt man diese, ja, wie ein Schal Das hat er immer dann an, wenn eigentlich Gott handelt Der Priester spricht das nur aus Natürlich muss man nicht unbedingt in den Weitstuhl gehen, wenn man was zu beichten hat Das kann man auch in einer Bank machen Oder in einem Zimmer So wird das auch bei eurer ersten Weichte sein Aber wenn ich überall beichten kann, was ist dann an einem Beichtstuhl so besonders, dass der hier hinten in der Kirche steht? Gute Frage Warum gehen überhaupt dann Leute in den Beichtstuhl? Ihr seht, da gibt es so ein Fenster, durch das man durchsprechen kann Auf der anderen Seite ist Licht Die Leute, die hier kommen, können den Priester genau sehen Aber wenn ich da drin sitze, kann ich die, die da hinkommen, nicht erkennen Manchen ist das lieber Fällt es ihnen etwas leichter, das zu sagen, was nicht gut war, um Vergebung zu bitten Genauso aber wie, wenn ihr euch mal gestritten habt und euch danach wieder versöhnt habt, ist das das Eigentliche Das Wunderbare, dass am Ende die Versöhnung ist Wenn der Priester spricht, so spreche ich dich los, spreche ich dich frei von deinen Sünden Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Ja, Ecki, nun kennst du also auch den Beichtstuhl Aber jetzt könntest du mal zu mir nach St. Nikolaus kommen Dann zeige ich dir und den Cookies den wichtigsten und heiligsten Ort der Kirche Das Heilige Zelt Was? Machen wir einen Campingurlaub in der Kirche? Nein, natürlich nicht! Komm rüber nach Himmelgeist und in der Zwischenzeit erzähle ich euch, was es mit dem Heiligen Zelt auf sich hat Das hat nämlich mit den ersten Menschen zu tun, die von Gott gehört hatten, dem Volk Israel Ihr Anführer, Mose, bekam von Gott die Zehn Gebote Auf zwei Steintafeln hatte er sie aufgeschrieben und das war sozusagen der Vertrag zwischen Gott und den Menschen Als Mose nun die beiden Tafeln hatte, musste natürlich überlegt werden, wo sie aufbewahrt werden sollten Das war ja immerhin Gottes eigenes Wort Deshalb bauten die Leute eine kostbare Holzkiste, die sie Bundeslade nannten Aber die konnte sich Mose ja schlecht unters Bett oder auf den Schrank legen Da hatten die Israeliten eine Idee Das Volk Israel lebte damals nicht wie wir in Häusern, sondern in Zelten, weil sie als Nomaden durch die Wüste zogen Naja, und da errichteten sie mitten unter ihren Zelten einfach ein Zelt für Gott In das sie die Bundeslade mit den Zehn Geboten stellten und so wussten Da, in diesem heiligen Zelt ist Gott wirklich bei uns Und so ungefähr ist das auch bei uns Wir haben auch einen Ort in der Kirche, der am allerwichtigsten ist, weil wir glauben, dass Jesus da ist Tja, Eki, hier sind wir jetzt am wichtigsten, am heiligsten Ort in unserer Kirche Unserem heiligen Zelt Wir sagen dazu nur nicht mehr heiliges Zelt Wir sagen dazu Tabernakel Das ist ein lateinisches Wort, heißt aber übersetzt nichts anderes als Zelt oder Hütte Das ist das hier der wichtigste Ort Das zeigt uns dieses Licht an, das wir schon kennen, das ist das ewige Licht Und es sagt uns, dass Gott, dass Jesus wirklich hier bei uns ist Weil wir hier das wichtigste, das wertvollste aufbewahren, was wir haben Was kann das sein? Gold oder Edelsteine oder Geldscheine? Nee, es ist Brot Unser Brot ist das wertvollste, was wir haben Denn es ist das heilige Brot, das, was bei der Messe auf dem Altar gewandelt wurde in den Leib Jesu Und wir glauben daran, dass Jesus wirklich in seinem Leib sichtbar und spürbar, dass er wirklich hier bei uns ist Wir bewahren im Gottesdienst immer etwas auf Damit wir damit zum Beispiel zu alten oder zu kranken Leuten gehen können, die nicht mehr hier zu uns in die Kirche kommen können Und mit ihnen dann zu Hause einen Gottesdienst zu feiern und ihnen die Kommune zu bringen Dafür bewahren wir immer etwas auf Und das ist eben im Tabernak Und wenn ich den jetzt öffne, dann seht ihr schon, dass der sehr kostbar gestaltet ist Hier in Form, ja so ein bisschen wie der Dornbusch, der brandende Dornbusch Das erinnert an die Erzählung, wo Mose Gott begegnet ist und Gott dem Mose gesagt hat Ich habe einen Namen, ich heiße, ich bin da Was bedeutet? Gott ist immer da Und daran erinnert unser Tabernakel hier in Sankt Nikolaus Aber zum Beispiel auch der in Sankt Maria in den Bänden Ja und wenn ich jetzt den Tabernakel öffne, dann seht ihr, was da drin ist Normalerweise seid ihr weit weg, aber jetzt könnt ihr mal mit reingucken Das erste, was man sieht, wenn der Tabernakel geöffnet wird, ist Man sieht nichts, man sieht einen Vorhang Das erinnert an den Vorhang in Jerusalem im Tempel Der trennte, ein riesiger Vorhang, der trennte die Welt Und die Menschen waren, vom göttlichen Bereich Aber in dem Augenblick, als Jesus gestorben war, so sagt es die Bibel Da riss dieser Vorhang in zwei, in zwei Stücke Und die Welt und Gottesreich vermischten sich endgültig Und deswegen ist auch der Vorhang im Tabernakel zweigeteilt Und wenn ich ihn öffne, dann sehen wir endlich, was im Tabernakel drin ist Nämlich ein goldenes Gefäß Und darin ist die Kommion Das heilige Brot Der Leib Jesu Der Leib Jesu Tja, Eki, damit haben wir den wichtigsten, den heiligsten Ort unserer Kirche Den Tabernakel gesehen Und damit endet auch unsere Kirchenführung Durch die Kirchen im Rheinbogen mit allen wichtigen Dingen Die ihr beim nächsten Mal, wenn ihr in die Kirche kommt, ja mal wiederentdecken könnt Aber Moment mal, eine Sache fehlt doch noch Du möchtest noch eine kleine Zugabe, richtig? Ich weiß, was du meinst Den heiligen Mülleimer, ne? Okay, aber dafür, weißt du was? Hüpfen wir nochmal eben rüber in die Bände, denn da kann man das am besten erklären Also, hopp, Eki, ab in die Bände So, mein Freund, da sind wir in der Bände Und hier gibt es die Zugabe zu unserer großen Kirchenführung, nämlich Was willst du jetzt noch kennenlernen? Na, den heiligen Mülleimer natürlich Genau, den heiligen Mülleimer Und der ist hier hinterm Altar Und zwar genau hier Es gibt in den meisten Kirchen, in allen Kirchen eigentlich, gibt es irgendwo einen Wackelstein im Boden Den soll man natürlich eigentlich gar nicht finden Aber es ist ganz spannend zu gucken, wo der ist Und darunter befindet sich der heilige Mülleimer Der heißt natürlich eigentlich nicht Heiliger Mülleimer, sondern Wie alles bei uns einen tollen Namen hat Hat natürlich auch der heilige Mülleimer einen tollen Namen Nämlich Sakrarium Tja, Eki, das ist ja also der spannende heilige Mülleimer Eigentlich Sakrarium genannt Wozu braucht man in der Kirche einen heiligen Mülleimer? Na, das ist eigentlich ganz einfach Es gibt bei uns manchmal Dinge, die wir nicht einfach in den Hausmüll schmeißen können Weil sie nämlich mit Gottes Geist in Berührung gekommen sind Zum Beispiel Bei einer Taufe wird das Kind oder der Erwachsene mit Grisam gesalbt Das haben wir ja schon gehört Und nicht nur an der Stirn von dem Täufling ist das heilige Öl Sondern ja auch am Daumen von dem, der getauft hat Was machen wir jetzt mit dem Daumen? Also wir können ihn am Gewand abwischen Das macht man aber nicht Deswegen nehmen wir ein Stückchen Watte Und putzen damit das Grisam vom Daumen ab Jetzt habe ich das Grisam, das heilige Öl Aber an dem Wattebausch Was mache ich denn jetzt damit? Kann ich doch nicht in den Hausmüll zu allem anderen schmeißen Und in die Müllverbrennung fahren lassen Das geht nicht Deswegen haben wir den heiligen Mülleimer Und genau dort kommt das hinein Ja und dieses Rohr geht eben nicht einfach irgendwo hin Sondern es geht ganz exakt bis in den Boden Hier ist kein Keller oder wenn ein Keller da ist Dann geht das Rohr auf jeden Fall einmal durch bis unten ins Erdreich Damit das, was wir hineintun, wo Gottes Geist dran ist Damit das in seine gute Schöpfung in die Erde hineinkommt Und da ganz ruhig und biologisch und gut verrotten kann Gottes Geist geht in Gottes Schöpfung zurück Und das ist eigentlich ein ganz schöner und logischer Gedanke Tja, Ecki Und damit haben wir das letzte Geheimnis Unserer Kirche gelüftet Und können getrost unsere gute, unsere große Kirchenreise Und Kirchenbesichtigung durch den Rheinbogen jetzt beenden Wenn ihr noch eine Frage habt Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt Dann schreibt uns, schreibt dem Ecki Der kriegt fast alles raus Eine E-Mail an ecki.meinegemeind.de Oder ihr sprecht uns, den Juan oder mich Oder einen unserer Kollegen einfach an Und es gibt keine dummen Fragen Also immer raus damit Ihr sollt alles erfahren Wenn euch unsere Videos gefallen Dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben Und teilt unsere Videos auch gerne mit euren Freunden Oder Verwandten Damit die etwas von eurer Erstkommunenvorbereitung Auch mitbekommen So macht's doch gleich doppelt so viel Spaß Das war's für heute Wir wünschen euch eine schöne Zeit Bleibt behütet Und wir sehen uns spätestens nächsten Samstag Beim nächsten Video dann wieder Macht's gut, bis dahin Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Musik Witz